Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin euer Udo und wir sind zurück bei Paffa in der Kingmaker im Candlemere Castle. Und erneut wurden wir getroffen. Vielleicht sollten wir weiter auseinander gehen. Ist dieser drei? Nein. Wir werden nochmal laden. Wir kämpfen nicht mit all diesen dämlichen Dingern. Wir gehen da rauf, dass wir möglichst nicht gesehen werden von dem Ding, dass er nicht angreifen kann, was da unten liegt. Und dann machen wir folgendes. Wir werden uns posten bis zum Blödwerden. So viele Gedanken. So wenig Zeit. Wie lange hält dieses Schild? Eine Minute på Level. Das ist perfekt. Don't hesitate. Du hältst auch eine Minute på Level. Passt. Quiet. I'm thinking. Du zauberst. Du nimmst dir so eine Minute gehen. Dexterity. Okay. Something bothering you? So was zu ein Schild auf dich? One round to Level. No. Schild auf Faith vielleicht? Auf dich selbst? Beyond God. Ah, du hast keine Zauber Sprüche mehr. Was hast du noch für Trinken für Sachen? Pusion of Vanish. Ah, das klingt gut. Du hast meine Atennis. Okay. Vielleicht haben wir da noch Intent Health auch für dich. Colorspray. Heldings. Was ist das? Colorspray. Das brauchen wir echt nicht. Diese Dinger sind... Ich glaube ich Lightning Resistant. Scroll of Fireball vielleicht. Who knows. Who cares. So, außerdem was ist da? Potion of Barks King. Das klingt gut. Haben wir jetzt alle was gemacht? Gut. So, Schilder haben wir schon. Was ist das? Vanish. Mage Hour. Den brauchen wir nicht. Potion of Invisibility. Den brauchen wir auch nicht. Potion of Eight klingt gut. Potion of Eight klingt gut. Können wir zu uns nehmen. In Large Person. Oh, war nicht schlecht. So, All Strength. Für dich. Was ist das Heroism? Nein. Das ist eine Restoration. Was kriegst du noch? Ah, du hast überhaupt keine Dings. Du könntest diese Dinger hier nehmen. Und was ist das? Ist das Haste? Das sollten wir auf jeden Fall zaubern. Das ist ziemlich cool. Können wir noch ein zweites mit. Können wir noch ein zweites mit. Kannst du Prot... Ah, warte mal. Protektion von Electricity. Das wär's. Chaos. Ich will, nu. Resist and acid. Hm. Kannst du nichts sagen? Ich höre. Naja... Du kannst die Puls-Strengthen auf... ...sie machen. Ich brauche für Abenteuer! So, du machst das. Potion of Aid macht was. Plus ein Moral-Bonus. Gib die Ordnung. Du bist schon gepuls-Strengthen. Das heißt, du machst mal nichts. Also, irgendwelche brillanten Ideen? Du hast uns... Dieses Spell hat andere Verwendungen. Ja, okay. Confide in mir. Also, du hast es schon. Ein anderer Boost-Spruch, den du nehmen kannst. Der ist Endurance. Hm. Jetzt kann ich noch auf den Solven. Du musst das. Nein. Du musst das. Du musst das. Du musst das. Du musst das. So, jetzt nehmen wir alle. Und... ...speichern ab. So, er hat mich geboostet. Ich möchte das ganze blöde Boosten nicht noch mal machen. Und dann klangst du mal da rauf. Das ist die Irre. Aber immerhin, diese Mann hat es überlebt. So, machen wir das. Du? Machst mal das und dann greifst du den an. Freund? Du greifst auch den an, weil ich nicht zu gehen. Du? Wo hast du? Du wirst. Oh, da ist noch keiner. Ja. Auf den. Du greifst am besten den an, damit wir wie viel dich angreifen. Geh, 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 geh! Ist all dieses Blut mein? Ich dachte nie, dass ich so viel hatte. Oh, Sarenre. Ich sehe deine Licht. Oh, gib bitte. Könntest du bitte nicht Tristan umbringen mit einem Schuss? Ich werde hier getötet. Komm her! Okay. Häl doch mal den Typen. Häl doch mal... ... auch den Typen. Du? Weißt du, was du machen wirst? Mach doch mal... Nein, nicht Cross 4. Mach doch mal... ...Castigate? Das kann Castigate. Ah, nein. Oh, du hast gar keine Dings. Du kannst keine Untoten beschwören. Schade, ich dachte, du kannst das. Hm... Was ist das? Litany of Entanglement. Na, das bringt überhaupt nichts. Ah, ja... Ich will nicht, ob das was bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Mann... Typ ist 18, 3, 2! Stop, 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 stop das. Mach das des das! jours auf. Vorher bin ich vielleicht vor, biete Arsch reубachsener. Stopp, 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 stopp. Du machst das bitte nochmal. Du hingegen machst du da zwischenzeit? Your piercing scream, burning arc, bless. Warum nicht? I can't keep this up much longer. Und nochmal. Avenge me. Avenge me. Und mach gleich nochmal. Du solltest dich auch heilen. Wir machen nichts anderes als uns zu heilen. Das ist nicht gut. Ein schlechtes Zeichen. Okay, vielleicht sind die zu stark für uns. Trainer. Noch zu spät, Agnes. Könntest du bitte... Genürst du mich, oder Versich? Ich kann mich nicht mehr sagen. Oh, Sarenraith, ich sehe deine Licht. Okay. Tschubi lost. Hallo? Könntest du das bitte werfen? Okay. Das war's mit dem Ding. Was sind das für Wispwars? Das sind Wispwars? Ich glaube denen kein Wort. Vorhin haben wir diese Wispwars so einfaches bisschen zu spüren. Und jetzt machen wir uns fertig. Hier sind mehrere auf einmal, aber... Wo ist es? Wo ist es? Du... Ja, ja, wir stehen. Okay, okay, okay. Wir laden das Spiel nochmal. Ah, elend. Gut. Du... Machst bitte ein Prayer auf uns alle. Wir können den Tristan gar nicht höher aufhellen. Der ist total aufgehellt. Ich glaube, wir haben alles, was wir an unterstützendem Zeug haben, bereits gezaubert. Viel mehr geht nicht. Wir könnten einen Slow auf sie sprechen. Das ist ein Expeditious Retreatment-based. Aber haben wir einen Slow? Was ist das? Das ist Troll of Touch of Gracelessness. Nein, wir haben keinen Slow. Aber einen Large Person hätten wir noch. Das kannst du nicht zaubern. Kannst du los? Jep. Das auf ihn. Jetzt bin ich dem, quick! Pfff! Unfassbar! Und wie schon gesagt, gleich tot. Quasi. Die, die, die! Ist der Haste-Effekt noch auf uns? Yep. Lass uns als Einer sterben! Ich habe dich tot! Unwürdig! Wir sollten vielleicht auseinander gehen, dass wir nicht alle von diesen dämlichen Reitnings getroffen werden. Ah, verstehe! Alles im Weg! Und? Geh bitte davor! Oh, was ist das? Oh! 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 Was macht sie eigentlich die ganze Zeit? Oh, wo ist... Wo ist der Wisp? Alles tot. Na ok, so kommen wir nicht drauf. Das... Ich bin nicht immer sicher, ob ich noch drauf will jetzt. Nach dem, was ich da gehabt hab. Bist du irre? Noch was anderes können wir noch ausprobieren. Hm. Diese Folge wird nur darin bestehen, wie ihr seht, wie ich sterbe. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so schwer dort war. Bin ich das letzte Mal erst später dort hingegangen? Das kann schon sein. Ich meine, diese Willowisms sind fürchterlich. Ich hasse diese Dinge. Hallo? Ja? Ach Gott. So doof. Mhm. Wir werden noch was anderes ausprobieren. Und zwar folgendes. So. Möglichst weit auseinander stellen. Ja. Ja. Wirklich so, dass sie nicht sich gegenseitig in einer Linie stehen. Okay. Natürlich ignoriere ich dich. Das interessiert mich nicht. Das ist vollkommen egal. Blasch! Ja, ja. Ein Muffin. Super. So. Ein bisschen besser. Also, äh... Tristan ist nicht vollkommen tot. Greif einfach den Erstbesten an. Geh! 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 Ah! Geh! Das Problem ist ja, ich sehe genau gar nichts. Ich weiß nicht einmal, wo der Hund ist, da. Hund? Greif bitte den an. Geht bitte möglichst voneinander weg. Ist all dieses Blut mein? Ich dachte nie, dass ich so viel hatte. Ausgezeichnet schon. Äh, sowas. So. Sind alle in der Dings drinnen? Ja, okay, mach das. Wir stehen etwas besser jetzt. Jeder hat so einen. So, Pi. So, du darfst das gleich nochmal machen. Du hier. Nein. Burning Arc. Muss ich dafür einen? Reflex Half. Das Spell causes an Arc of Flame to leap from your finger. Burning 1 enemy nearby plus 1 additional enemy per 3 caster levels. Each of which must be within 15 feet of the primary deals 1d6. Ach. Ah, warte mal. So geht das, meine Güte. Du hältst dich bitte mal, bevor wir weitermachen. Ah, außerdem warte mal. Protection plus 1 sacred to armor class. Ja, wir machen das. Nichts. Hallo. So. Haben wir den jetzt gekillt? Natural Invisibilität? Nein, wir haben ihn nicht gekillt. Sehr klar. Du greif den an. Ha! Primitives! Du? Trink mal das in der Zwischenzeit. Ich glaube, wir werden dir zwei von diesen Dingen geben. Trink doch mal sowas. Du kannst nicht wegschauen. Du kannst nicht wegschauen. Ich sehe seine Schmerz. Dieses Körper hält nicht mehr. Oh! Ja, deswegen sollst du dich auch heilen, du Gröscht. Oh, du kannst dich nicht mehr heilen. Stopp! 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 Bist du wahnsinnig! Du musst bitte... Ah! Bei ihm! Hätte man vielleicht gleich machen können. Nein, hätte man müssen, weil... Du kannst nicht wegschauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du... Hälst dich bitte nochmal. Ich komme da, ja. Du schießt... ...auf dich. Du kannst nicht wegschauen. Der wird als nächster gekillt. Aber... Du kannst nicht wegschauen. Das ist ja cool. Und? Du hast ihn umgebracht da hinten. So, du... Machst mal einen Heilspruch auf sie. Du heilst dich bitte selbst. Ach... Was für ein elender Kampf. Außerdem... Außerdem... Warum stehst du da vorne, du blöder Gräder? Könnt ihr... ...sagen, dass du... Oh... Danke. Wow... Was für ein elender Kampf. So, ab jetzt... ...machen wir diese Light-Formation. Immer. Hier, mein Freund. Hast du dich gerade hingesetzt, Chatel? You have my attention. Sicher? Ich bin mir doch nicht so sicher... ...wo ich deine Attention hab. So, wir speichern bitte ab. So, sehen wir hier irgendwas? Knowledge Arcana. An expected result. Oh... Oh... This weathered relief... Was? This weathered relief... Ugh... Worn down by time and the elements bears a faint inscription. The inscription is jacked and uneven. As if written by a trembling hand. Past, present, future. All are one in him. Is the key and guardian of the gate. Where spheres meet. Mmh... Shogok. Shogok. Joksotot. Mmh... Ga... Ist dat. Okay. Wird er für XP gekriegt? Yay! 50... 90 XP. A dead warrior in full armor with your warrior holy symbols lies on the ground. Tja. Der Paladin hat's offensichtlich nicht überlebt. Das war jetzt klug von dir. Mein Lieber. Kann ich das nicht? Meinst du? Es sind nur drei dieses Mal. Sind die vielleicht... Vulnerability, Spells, Magic Missile? Echt jetzt? Wir haben keine Magic Missiles. Wir haben... Ach. Ja, ich brauch nichts mehr. Du... Shit, sag einfach drauf was ist aus. Will they ever learn? Wahrscheinlich eher nicht. Du... Sorry. Hm... Noch so ein, zwei von hinten dran. Du... Greif einfach den ab. Aber das... Greif einfach ab. Hm... Wie wär's? Mach mal das... ...funktioniertes. Ist all dieses Blut mein? Ich dachte nie, dass ich so viel hatte. Trinkst du das bitte? Hab ich nicht gesagt, du sollst es trinken? Ach Gott. Gut. Gut. Wir müssen nicht dorthin gehen. Gleich reingehen. Nicht erwartetes Resultat. Okay, jetzt kämen wir jetzt schon. Ich werde da drinnen erwarten uns auch noch einen Kampf. Gut, das wissen wir eh schon was da ist. Das ist der komische Priester. Okay, da ist ein Loch. Mr. Rismel. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? The man stands in the center of the half ruined hall. He is motionless. His eyes are closed, head tilted as if he was listening to something inaudible. He is clad in tethered black and white robe, though mud and dust made his clothes look almost uniformly grey. Hearing your footsteps, the man shutters and turns abruptly. The left part of his face is covered in blood and dirt. Seeing you, he gives a low growl in his throat. Trespassers. He spits on the ground. Are you so eager to die? Who are you? The man stares at you for several moments, then he suddenly grins and raises his eyebrows in mockery. Who am I? Oh, soon the whole world will know my name. The man straightens and raises his hands to the sky. Two-faced Rismel, keeper of the gates, harbinger of Nettis. I have many names, and you shall pay fealty to them all. Here we are. So clean in the mess. Nettis, also known as the all-seeing eye, is a Garundi god who holds knowledge and magic above all things. He gained enough power to witness all things, and this both fueled his divinity and shattered his mind. He is a god of magic torn between destroying the world with one hand and saving it with the other. Okay. Klingt reasonable. The all-seeing eye has brought me here to this sanctuary of magic. Others came, but they did not survive the trials. I am the only one who hears the word of Nettis and can open the gates for him. Then the all-seeing eye will reward his chosen. I will become a lord in his new era. Wieso wollen alle Herrscher werden? Ich bin hier Herrscher. Ist euch das klar? Rysmal's eyes turn glassy and dull as he keeps talking and his speech becomes a stream of barely understandable words. It's impossible to distinguish which part of his rambling is true and which represents his delirious fantasies. Nonetheless, the madman seems to lose interest in attacking you right now. An enchanted sanctuary gates to other worlds. We are here in these ruins. Siehst du's nicht? Musst du das echt fragen? Where are the others you came here with? Rysmal, no matter if this island is cursed or not. You are not in your right mind. You don't know what you are doing. Time to die, lunatic. Okay. Okay. We are going to talk about those who came to the island with me. They are gone. One of them gave up halfway here. I know nothing of his fate. And the second, the miserable creature here. Rysmal closed his eyes as if fighting to control his temper. He kept talking how knowledge must belong to everyone. Wisdom should be shared about telling others about this place. He kept talking and talking. Rysmal falls still for a moment. So I silenced him. Oh, good. Silence, Rysmal roars. You are too blind to see what surrounds you. No, I am not. I only got this option to tell you. Vibrant, bright, glorious to those who have embraced the arcane and mastered its powers. Nethys himself let me hear. His voice rings in my head, calling from the portal. All these writings. All these wandering lights. Only the blind cannot see the coming of the all-seeing eye. Okay, for I thought I would now bring an answer. Irony. So watch your tongue. The moment nears. Where I open the portal and let Nethys into the world. Fear my lord's wrath. For there will be no escape for blasphemers. Oh, so the great Nethys is just beyond this portal. Yet the god of magic can't cross over on his own. Ha. Same say this place is something. Widow wisps roam the island. How did you get past them? Enough about this. They are so we've here. I mean. I often save games or reloads. One more word, insect, he hisses. And you'll witness it yourself. Let's assume Nethys waits beyond the portal. But what's beyond the portal exactly? Can you feel it? No, of course you can't. The whole tower bears marks of the arcane. Look around you. Can you see these writings? Since ancient times, believers knew a portal lay here. So they left signs heralding the arrival of Nethys. What do the writings say? Shadow falls across Riznal's face. He shares it. He says at the writings at the walls. The shimmer with ghostly light. I'll find out. He matters. When he comes. When he shares his boundless wisdom with me. I'll find out everything I want. Some say this place is cursed. Widow is from the island. Enough about this place. Interessiert mich nicht. Time to die, lunatic. You dare? Then feel the wrath of the old seeing eye. Ja, 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 ja. I'm not sure, but... It's so hard it can't be seen, him to defeat. Maybe... 105 hit points is not so much. Ufasa steht direkt neben ihm. Mach da mal das. Und dann das. Die, die, die! Machst mal das. Und? Machst auch, aui. Aui, aui. 2. Ich glaube, es kommt dann aus dem Portal noch was raus. Was ist das? Machst einfach an. Machst einfach an. Machst einfach an. Fde. 2. 4. 4. 5. 4. 4. 6. 6. Autsch, was sage ich da nur? Okay. Heili, heili. Ja, so viele Hälfte er glaube ich nicht aus. Der war bei weitem weniger schwer als diese vier davor. Elender. Duke Diesel Face. Duke Diesel Face hat Cypress Queens Flute. Na schau an. Und Rizmo hat dieses Zeug. Wir haben schon das Bouquet letztens gefunden von mir. Okay, wir haben das nicht geschafft, weil wir zu doof sind. Können wir bitte heim gehen jetzt? Wir haben den Wahnsinnigen umgebracht. Ich glaube, wir gehen dort zurück, wo wir hier sind. Ich dachte eigentlich, dass der kleine Junge auch hier ist. Aber denkste... Na gut, an dieser Stelle, Freunde. Wir haben hier einiges platt gemacht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Schlaft gut und träumst was Schönes. Bis dann.